Okay, Season 10 startet. Hoffentlich wird diese Season besser, Alter. Alter, Dusty Tipo ist wieder da. Oh, Alter, stabiler Battle Pass. Ja, okay, der Battle Pass ist jetzt nicht so geil. Alter, die Fabrik ist von Dusty Tipo da. Obwohl, also wenn ich jetzt hinschaue, der Battle Pass ist schon nice eigentlich so. Ohne Witz, die Season macht Fortnite kaputt, Mann. Ja, okay, ich kaufe mir den Battle Pass. Äh, gibt's eigentlich neue Waffen vielleicht? Oder nein? Neue Waffen? Hä? Alter, was sind das für geile Monsterknackerroboter? Was sind das für Roboter? Was ist denn los hier? Was ist denn das für ein Spiel? Hä, was ist eigentlich mit der Map passiert? Das ist doch nur Dusty dazu gekommen wieder. Hä? Meine erste Runde in Season 10 wird direkt ein Win. Easy. Was sind das für scheiß Roboter, Mann? Das war ja mal im Spiel gerade Star Wars oder Fortnite. Jungs, ich mache als erstes Battle Pass Level 100. Alter, ist die Season kacke, Mann. Und wo ist Musty Maya? Was ist mit Loot Lake passiert? Äh, was ist das denn für ein Roboter, Mann? Voll die Scheiße. Wo ist eigentlich Greasy Groove? Die Season ist ja übel geil. Hä? Alter, ich werde der Beste in Arena sein. Hä? Alter, ich glaube, die Season kann Fortnite retten. Äh, warum bauen die alle so gut? Spiele ich hier Titanfall oder Fortnite? Ähm, geht Double Pump eigentlich wieder, Jungs? Was ist das? Ganz ehrlich, weg mit dem Müll. Alter! Alter! Was ist denn Fortnite? Hasta la vista, Baby. Hasta la vista, Baby, Leute. Und das war das Video von heute. Und zwar Dinge, die Fortnite-Spieler zu Season 10 sagen. Ich weiß, es war wahrscheinlich nicht alles. Tut mir leid, Leute. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Deswegen ein Däumchen nach oben. Ein Abo, eine Glocke. Und einfach Creator Code Zetrusac im Itemshop eingeben, um mich zu unterstützen. Und ich habe vor, das Video vielleicht nochmal aufzunehmen. Aber, was Fortnite-Spieler einfach sagen, sozusagen, Leute. Was sind die typischsten Sachen, die Fortnite-Spieler jemals gesagt haben? Deswegen, schreibt sie jetzt in die Kommentare. Schreibt euren Satz, wie zum Beispiel, Oh, der hat wieder High Ground. Einfach einen Satz. Und mit ein bisschen Glück ist euer Satz im nächsten Video. Deswegen einfach einen geilen, kreativen Satz schreiben. Die meistverwendeten Fortnite-Sätze, typische Klischees, was ihr beim Zocken sagt. Und wenn ihr Bock auf den Part 2 habt, 5000 Likes oder so. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Russik-Pupsik. Tschüssikowski. Wie Cl� weiße? Wie Cl Gravity? Wie Cl Bettler.